Hallo Leute und es geht weiter mit Alice in unserer Höhle. Oh, hat mich der Kartensoldat entdeckt? Hat er wohl, ne? Aber kann er mich angreifen? Kann ich ihn dann auch angreifen? Nö, irgendwie nicht so, ne? Ne, aber er mich natürlich schon. Das ist total fair, wie immer, das Spiel. Äh, ja, ist okay, ist okay. Was mach ich denn jetzt mal am besten? Oh, scheiße. Bitte krieg mich nicht. Nein. Sonst will ich dich auch kriegen können. Ach, Mann, oh. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und cool hier in der Unterwasserhöhle. Ähm, ich bin auch noch mal nach unten geschwommen das letzte Mal. Und, äh, da gab es dann so einen Tunnel, dem bin ich gefolgt, weil ich nicht wusste, ob es da dann als nächstes weitergeht. Aber da ist wohl irgendwas noch zu unten. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch irgendwann aufgeht. Wir springen und hopsen hier jetzt aber mal so ein bisschen um die Ecke, wenn das geht. Und das geht. Das geht sogar. Das finde ich super. Gehen wir genau hier hin, wo er war. Wo ist er denn jetzt? Du kannst ruhig wieder herkommen hier. Also, solange die nicht angreifen und da hinten doof rumstehen und auf ihr Ende nur warten, ne, Pech, ne, würde ich sagen. Weil so geht auch, ne? Bis ist das mit euch wahr, Leute. Also, da macht mir der Schaden hier auch nicht viel. Ja. Ihr wolltet das ja so haben hier, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, das ist ja mal cool. So eine, so eine, so eine Spinnenkonsole hier. So eine... Das auch nicht. Und ein Hebel. Den betätigen wir doch gleich mal. Vielleicht geht ja unten dann dieses Tor auf, von dem ich gesprochen habe. Ja. Genau, diesen Tunnel meinte ich, da bin ich durchgeschwommen. Und das geht jetzt auf. Ja, das ist ja wunderbar. Ich will zwar nicht zu dem Herzen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will einen Ausgang. Nein, 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 bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Nein, 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 nein. Stirb. Okay. Danke, Zackis. Okay, also da kann ich jetzt nicht durch. Dann gehen wir doch mal hier runter. Was kommt denn hier jetzt noch so? Oh, hallo. Einer ist schon mal tot. Ich habe es genau gehört. Boom. Ja. Das machen wir wohl noch mal. Ach ja. Also solange man ja immer der Gewinner ist, ist es ja schön, ne? Und dann ist hier noch so eine merkwürdige Treppe, die ich hochgehen kann. Mhm. Es wird ja immer interessanter hier irgendwie. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Spiel noch so vielseitig wird von den Leveln her. Irgendwie schon cool. Ich weiß noch nicht so gar nicht irgendwie, wo ich lang soll. Ich glaube, das ist der Tunnel, wo ich lang soll. Aber naja, ich speichere hier mal an der Stelle. Und hopps hier mal so, wenn ich kann, rüber. Was ist denn jetzt hier? Hallo? Noch so ein Herz. Irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ich gehe mal hier runter. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Gut, dann schwimm mal. Ja, schwimm mal. Hol mal Luft. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, dann geh mal hier runter. Kannst du da irgendwo noch an einen speziellen Ort? Da ist doch der Tunnel. Ja, den machen wir kaputt. Dann schwimmen wir hier. Ja, du schwimm doch mal. Das bringt mir hier irgendwie gar nichts. Kann ich hier nicht hoch? Geh mal ganz, ganz schnell hoch. Nein! Nein! Auf einmal ging mir der Sauerstoff voll alle. Scheiße. Aber. Ich glaube, das kriegen wir nochmal hin. Ich gehe hier einfach mal runter. Ist schon in Ordnung. Ja, ja. Schwimm da mal lang. Irgendwo finden wir den Tunnel bestimmt wieder. Der taucht bestimmt nochmal auf. Da nochmal vielleicht Luft holen. Ähm. Irgendwie nicht, ne? Jetzt habe ich mich wieder verschwommen, sozusagen. Kannst du mal rauskommen? Nee, dann gehe ich da nochmal runter. Hier bin ich irgendwie nicht so richtig gewesen. Hä? Ach so. Ja, warte. Dann gehe ich hier mal zurück. Da hoch. So, jetzt bin ich wieder in der richtigen Bahn. Jetzt geht ihr gleich wieder voll die Luft raus, ne? Auf einmal kommt das dann. Ähm. Und die Steuerung ist echt 1A. Seht ihr ja schon. Schön Luft holen. Und wo ist denn der Tunnel? Wo ist er denn? Ist der nicht hier? Da, wo Gegner sind, ist gut. Das sieht doch richtig aus. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Oh. Wo bist du, du Fisch? So. Ähm. Das Problem ist, dass ich gar keine Energie wieder habe. Das ist voll scheiße. Schaffe ich das jetzt? Tja, ich kann es nur probieren. Gib mir deine Energie. Gib mir deine Energie. Komm. Mach hinne. Und runter. Und rein in den Tunnel. Rein in den Tunnel. Wieso schwimmt sie nicht? Warum schwimmt sie nicht? Ey, das macht mich wahnsinnig, ne? Ey, Mädel. Du stirbst gleich wieder. Das kann nicht wahr sein, ne? Energie, Energie, Energie. Danke. Warum? Ähm. Was? Warum? Bin ich jetzt wieder hier? Kapier ich nicht, ne? Kapier ich nicht. Ah, scheiße. Alle auf einmal wieder. Ja, ist gut. Stirb jetzt. Das reicht jetzt. Jetzt bin ich wieder hier zurück. Das ist ja auch merkwürdig. Wo kommt ihr denn alle her? Alle auf einmal natürlich wieder, ne? Ich stirb. Ist gut, Leute. Ist gut. Kriegt euch alle wieder ein, bitte. Habe ich hier nicht gerade einen Gegner gesehen? Jetzt habe ich einen Hebel da betätigt und irgendwie war ich es auch nicht. Bin ich jetzt wirklich weitergekommen? Ich habe keinen Plan. Ist echt so ein bisschen crazy hier. wo kommen die auf einmal alle immer her? Genau. Und warum stirbst du nicht? So, Kopf ab. Reicht mir jetzt hier mit euch? Ach ja. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum das hier im Moment gerade immer mal so ein bisschen leicht mehr ruckelt. Als sonst, weil ich im Hintergrund renne da. Das könnte natürlich sein. Ja, geh runter. Geh runter, weil irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht. Ob das so richtig ist, was wir hier machen, weiß ich nicht. Warum zum Beispiel kann ich jetzt... Ja. Das hat uns das gebracht, ne? Da kommen wir nicht lang und gehe ich jetzt wieder da lang. Oh, sie schwimmt wieder nicht. Ey, ich kann kotzen. Schwimmen, Olle. Geh mal hier hoch. Komme ich hier nicht her? Nee, da guck mal, da hinten ist doch wieder ein Gegner. Die Hexe, die hat da sich das angeguckt. Das fand sie schön, das Leuchten. Das hat sie interessiert. Da hat sie sich gedacht, ja, das gucke ich mir mal an hier. Dann gehe ich jetzt mal da wieder lang. Und hier so rum. Ja, ist klar. Ja. So. So. Und hier komme ich doch her, oder nicht? Ja. 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 Ist okay. Nee, das ist ja wohl der Ort, wo ich herkomme. Das kann doch alles hier jetzt schon wieder nicht wahr sein. Echt. Scheiß Irrgarten. Nein. Verdammt. Super. Tot. Danke. Ihr Arschis. Ich werde nicht stundenlang durch den Irrgarten gehen. Nein. Ich habe mich bestimmt nur verschwommen. Ich möchte daran glauben. Dass es einen besseren Weg gibt. Als den hier. Da komme ich nicht weiter. Das sage ich jedes Mal jetzt. Sie schwimmt bestimmt gleich wieder nicht. Ja, ja. Ich habe es langsam. Mann. Machen wir wieder die Hexe tot. Wie gerade eben schon. Ne? Jetzt kommen die Grünis wieder. Hallo. Wo seid ihr? Hm. Aber hier bin ich ja eigentlich weiter auch im Irrgarten jetzt. Da an der Stelle, wo ich hin soll, oder? Wenn ich wüsste, ob ich jetzt durchs Wasser wieder soll, oder ob ich hier richtig bin. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier nach oben. Ach, hier komme ich gar nicht nach oben. Ja, dann gehe ich jetzt hier nochmal ins Wasser. Nutzt ja irgendwie nichts. Würde ich sagen. So, hier gehe ich jetzt nochmal in den Tunnel runter. Ist jetzt der Weg frei? Wäre ja schön. Ah, ja, okay. Hier war ich noch nicht. Und das habe ich doch frei gemacht. Komme ich hier nicht jetzt... Ah, da war ich noch nicht. Ja, geh da hoch. Geh da hoch. Weil endlich haben wir den Weg gefunden. Du schwimmst sehr klug. Ist ihm egal. Hauptsache nach oben. Ui, da sind wir jetzt richtig. Yay. Oh, ich bin froh. Dann war ich einfach nur im falschen Tunnel sozusagen. Das finde ich gut. Ach, da bin ich ja froh drüber. Dann speichern wir mal schnell hier. Damit wir ganz schnell rauskommen aus diesem Garten. Der Herzkönigin. Oh, 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 oh. Ist das gefährlich? Ja. Ich brauche meine Bälle. Komm, 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 komm. Schieß, 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 schieß. Gerade hat er sich geöffnet gehabt. Yay. Okay, wir haben sie fast alle. Sehr gut. Wir machen sie alle fertig. Wo bist du, Hexe? Na komm. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay, ich bin schon ein bisschen angespannt. Ich habe das Gefühl, wir nähern uns langsam hier dem Ort, wo wir hin sollen. Da ist nämlich zum Beispiel jetzt ein Hebel. Ah, wir haben unseren Ausgang geöffnet. Sehr gut, sehr gut. Äh, nein, eigentlich wollte ich da nicht einfach runterspringen. Ich werde mal speichern. Ach, bin ich froh, wenn wir immer weiterkommen. La la la. Wenn man weiterkommt, kann man es auch wieder genießen, diese coole Kulisse und den schönen Ehrgarten. Da ist wieder eine Hexe. Wie kriegen sie gerade nicht? Jetzt aber. Edgy, bätschy. Ich laufe mal hier zurück. Wir wollen ja eigentlich theoretisch nur jetzt runterkommen, oder? Soll ich einfach mal runter? Oder bleibe ich hier oben? Muss ja auch einen korrekten Weg eigentlich nach unten geben. Hm. Nee. Hier war ich noch nicht. Juhu. Was ist denn das Schönes? Ein Spiegel. Ach, wie cool. Was ist denn das? Ich bin unsichtbar. Ach, wie geil. Ich bin unsichtbar. Yeah. Ich spring hier. Komm, geh da lang. Oder auch nicht. Oder, ja, komm, geh runter. Sie ist unsichtbar. Äh, Alice? Alice, lauf. Lauf, 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 lauf. Unsichtbar, wie du bist. Wie lange hält das an? Oh, sie ist immer noch unsichtbar. Scheiße. So, da bin ich wieder. Ah, interessant. Und wo ist jetzt mein Portal? Ups, er kam schnell. Ups, er kam schnell. Viele Gegner schon erledigt, aber leider weiß ich gerade nicht, wo lang. Wo ist denn dieses Portal? Wo habe ich das denn jetzt geöffnet? Wo muss ich nur hin? Shit. War das oben? War das unten? Ich habe keine Ahnung. Blöder Irrgarten. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hört auf, mich zu beschießen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich brauche Energie. Ich brauche Energie ganz schnell. Ich habe schon so lange nicht gespeichert. So. Oh, 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 oh. Das war jetzt knapp. Ach, 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 ja. Wisst ihr, wo ich hin muss? Ich habe keinen Plan mehr. Irgendwo habe ich ein Tor geöffnet. Aber ich weiß einfach nicht, wo. Ich laufe immer wieder hier zu diesem Haupteingang zurück. Aber hier soll ich doch nicht hin. Hier komme ich, nee, hier komme ich ja her. Ich muss also entweder wieder nach oben, wo ich war. Oder auf die andere Seite irgendwie. Ich gehe mal nach links jetzt. Hier gehe ich mal da lang so. Nee, jetzt bin ich im Kreis wieder, ne? Scheiße. Scheiße, dann mache ich das jetzt wieder so. Dann schwimme ich eben wieder. Es wird ja wohl noch offen sein, das Portal. Nee, gehen wir mal da so. Und dann, äh, gehen wir da lang. Hoffentlich richtig. So. Gehen wir mal hier lang. Kurz Luft holen. Hier bin ich wieder an dieser domen Stelle, wo ich, glaube ich, auch falsch bin. Aber ich versuche es einfach mal wieder. Ja. Ich bin hier wieder an dieser komischen Stelle. Hallo. Hallo. Oh, leck mich doch am Arsch. Echt. Ich hasse die Steuerung. Gehe ich eben wieder zurück? Weil hier... Was war jetzt hier? Warum... Was hat sie auf einmal? Keine Ahnung. Äh. Ist auch irgendwie so, nee, ne? Irgendwie, nee. Ich gehe nochmal raus und dann in ein anderes Wasserloch will ich. Aber ich glaube, das ist so für mich der schnellste Weg, um, ähm... Nein! Nein! Ja, wisst ihr, also ich werde jetzt hier mal einen Cut machen und dann werde ich den Weg nach oben nochmal suchen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part vor dem Portalausgang wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.